Wie man den Reichen sieht, hat sehr stark damit zu tun, wie neidisch du bist oder wie nicht neidisch du bist. Ich sitze hier auf dem Wasser und ich überlege mir, was ich euch sagen kann. Und da kommt ja gleich irgendetwas hoch. Das sind Menschen, die sagen, boah, wie kann er das machen auf dem Wasser? Und dann ist es auch noch gerade ziemlich schön hier. Und ja, ich sitze auf dem Boot und ja, das gehört auch noch mir. Aber lass uns mal über Neid sprechen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns klar sind, wie schräg Neid wirklich ist. Neid ist ja, dass ich mir irgendjemanden angucke und denke, boah, der hat mehr als ich. Und jetzt gibt es ja zwei Reaktionen, wenn ich sowas feststelle. Die eine Reaktion ist, dass ich sage, boah, ist das cool, wenn der so viel mehr hat als ich, dann geht das für mich auch. Und vielleicht kann ich es ja von dem lernen. Dann ist der ein Vorbild, also ein Bild, das ich vor Augen habe. Und dann weiß ich, okay, ich muss eigentlich nur das tun, was der gemacht hat. Ich gehe die gleichen Schritte nach. Ja, dann komme ich auch dahin. Das ist, wenn ich Ambitionen habe. Das ist, wenn ich also mir ein Vorbild nehme. Ganz anders Neid. Neid, und es wird oft umgangssprachlich falsch verwandt, sagen viele Menschen, ja, ich bin neidisch und ich will genau das. Ich will auch dahin. Nein, das ist nicht Neid. Das ist Ambitionen haben. Neid ist etwas ganz anders. Das guckt überhaupt nicht auf dich. Also du schaust dann nicht auf dich. Du schaust nur auf den anderen, aber mit dem Wunsch, dass der andere kleiner wird. Mit dem Wunsch, dass du den anderen runterziehst zu dir. Mit dem Wunsch, dass du ihm vielleicht sogar Schaden gönnst. Dass du ihm etwas Schlechtes gönnst. Es gibt so einen alten Spruch, es gibt immer zwei Möglichkeiten, das höchste Gebäude in der Stadt zu haben. Und das eine, die eine Möglichkeit ist, du machst alle anderen platt, dann ist deins zwangsläufig das höchste. Oder du baust deins höher und höher und höher und höher. Und ich frage mich immer, was ist das für eine Befriedigung, wenn man alle anderen platt machen möchte. Und das tut der Neid. Und da gibt es so ein paar Dinge, die wir über Neid besprechen können. Wir könnten da ganz in die Tiefe gehen. Es gibt wirklich hunderte von wissenschaftlichen, exakten Studien, die belegen, dass der Neider ja gar nicht dem schadet. Sondern der schadet ja sich selbst. Der, den er beneidet, der merkt das ja gar nicht. Aber vielleicht mal so durch ein paar Hate-Kommentare in irgendwelchen Social-Media-Kanälen. Aber das macht dir ja nicht wirklich was. Aber wem es was macht, ist dem Menschen, der diesen Neid empfindet. Und ihr habt noch mal was ganz Interessantes gesehen. Es gibt ja so eine Einstellung, wer sind eigentlich die Reichen. Und da gibt es ganz genaue Parameter, an denen du messen kannst, wer sind eigentlich die Reichen. Was haben die für Eigenschaften. Und ganz klar ist, diese Eigenschaften sind ziemlich subjektiv. Und weißt du, die fünf Haupteigenschaften, die immer wieder gewählt werden in Bezug auf Reiche, sind negativ. Fünf negative Eigenschaften stehen ganz oben auf der Liste. Und dann kommt das erste Positive, das ist im Übrigen fleißig sein. Dass die also auch ziemlich hart arbeiten. Danach kommt Intelligenz und so weiter. Aber erstmal sind da fünf negative. Ich habe jetzt die Reihenfolge nicht mehr ganz genau im Kopf. Aber es ist so in etwa, dass die kalt sind, dass die berechnend sind, dass die über Leichen gehen, dass die eigentlich nichts können und so weiter. Also fünf negative Dinge stehen ganz oben. Jetzt kommt was ganz Überraschendes. Jetzt kannst du fragen, was hat das mit Neid zu tun? Das Überraschende ist, man hat jetzt geguckt, die Leute, die dieses Urteil abgeben, sind das Neider oder sind das nicht neidische Leute? Die Neider, die haben sogar von den oberen fünf, sagen die sogar, dass es zu 70 Prozent war. Manche sagen sogar, dass es zu 80 Prozent war. Also 80 Prozent, 70 bis 80 Prozent der Neider sagen, Reiche sind negativ. Hier, 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 hier. Diese fünf negativen treffen auf die Reichen zu. Und jetzt kommt's, die Nichtneider bewerten die gleichen Reichen ganz anders. Die sagen nämlich, es stimmt nur zu 20 Prozent. Also 80 Prozent sagen, stimmt nicht. 20 Prozent sagen, stimmt. Also wie man den Reichen sieht, hat sehr stark damit zu tun, wie neidisch du bist oder wie nicht neidisch du bist. Und das große Problem ist, wenn ich jemanden versuche, zu mir runterzuziehen, dann nehme ich ja meine Energie, um den runterzuziehen, um den klein zu machen. Die gleiche Energie fehlt mir dann, um mich selber größer zu machen, um mich selber aufzurichten, selber hochzusteigen. Und das ist das Gefährliche, dass der Neider letztendlich etwas Destruktives macht und damit sich selber die Kraft nimmt, etwas Positives zu machen. Also mein Tipp ist, sei nicht neidisch. Wenn du jemanden triffst, der irgendwo im Boot auf dem Wasser sitzt oder in einem schönen Auto, schick dem einen positiven Wunsch. Sag, ey, ich weiß nicht, wie du die Kohle gemacht hast, aber ich find's cool, wie dein Lebensstil ist. Ich find's klasse. Im Altertum sagt dir man, man segnet diese Leute. Sag heute einfach, ich schick dem einen positiven Wunsch. Schick dem etwas Positives, schick dem positive Energie und sag, ich freue mich für dich. Denn du wirst nie etwas erreichen, was du selber in deinem Herzen schlecht findest. Und wenn du einen Reichen schlecht findest, findest du auch Reichtum schlecht. Wenn du in deinem Herzen neidisch bist, ja dann hast du auch Angst, dass es andere Neider gibt, die dir es später nicht gönnen würden, wenn du es schaffen solltest. Was du aber in der Regel nicht tust. Die Neider kommen nie wirklich irgendwo hin. Also, schicke positive Wünsche an den, der ein tolles Auto hat, der ein tolles Haus hat, der ein glückliches Familienleben hat. Das geht ja genauso für Gesundheit. Der da rumjoggt, wenn du gerade verletzt bist, dann ärgere dich nicht, dass du nicht joggen kannst, sondern freue dich für den, dass er joggen kann. Mach dich schneller gesund. Klingt alles ein bisschen abstrus, aber glaub mir, es stimmt. Und das Schöne ist, wissenschaftliche Studien beweisen das. Ich will dir noch einen Fakt sagen, den ich auch ganz, 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 ganz spannend finde in Bezug auf Reichtum. Und zwar, die Leute, die die Reiche bewerten, die können ja Reichen kennen oder nicht kennen. Und man hat gesehen, es gibt wieder zwei Gruppen, es gibt die, die Reiche kennen, es gibt die, die Reiche nicht kennen. Fangen wir mit denen an, die in ihrem Leben keinen wirklichen Reichen kennengelernt haben. Die sehen zu 80 Prozent die Reichen negativ. Jetzt kommt das Spannende. Diejenigen, die Reiche kennengelernt haben, mindestens einen, also ein bisschen näher, ein bisschen sich mit denen befasst haben, sehen die Reichen zu 80 Prozent positiv. Die gleiche Reichen, die sagen, boah, das ist unmenschlich, der geht über Leichen. Die sagen, boah, das sind Menschen, die haben tolle familiäre Verhältnisse, helfen anderen und so weiter und so weiter. Also, bevor du irgendetwas beurteilst, suche den Kontakt zu den Menschen, die du beurteilen möchtest. Erste, ganz wichtige Regel. Zweite wichtige Regel, Neid lässt dich Dinge immer negativer sehen, auch die Reichen. Und wenn du Reichtum negativ siehst, wirst du selber nicht reich werden können. Das sind die beiden ganz wichtigen Lehren. Sieh zu, dass du dich mit Menschen umgibst, die nicht neidisch sind. Und meide alle Neidern. Das ist wie eine Krankheit, die in dich reinkrabbelt. Du kannst, das ist so ein Grippevirus, den kriegst du in dich rein und dann bist du auf einmal auch neidisch. Meide diese Menschen. Es ist nicht gut, sich mit Neidern zu umgeben. Sei selber nicht neidisch. Das Beste, was du tun kannst, um nicht neidisch zu sein, ist, schau auf die positiven Dinge. Hey, sie haben die reichen Macken. Ich habe jede Menge Macken. Wenn du mit mir hier auf dem Boot sitzen würdest und wenn du wüsstest, was ich alles am Macken habe, du würdest sagen, boah, ist das schrecklich, der hat ja auch ganz viele Macken. Habe ich. Ganz klar. Aber ich habe auch wirklich gute Seiten. Und genau so, denke ich, ist es bei dir auch. Konzentriere dich auf die positiven Seiten. Konzentrier dich auf die positiven Seiten von Reichtum. Natürlich kannst du mit Geld ne Menge Mist machen. Du kannst einen Puff bauen. Du kannst eine Atombombe bauen. Du kannst jede Menge Mist bauen mit Geld. Ich weiß das. Aber du kannst auch Krankenhäuser bauen. Du kannst auch Schulen bauen. Du kannst Menschen helfen damit. Du kannst deiner Familie ein besseres Leben machen. Also konzentrier dich auf das Positive, konzentrier dich auf das Schöne und dann hast du die größte Chance, dass Reichtum auch in dein Leben kommt. Denn Reichtum ist immer neutral. Reichtum ist immer neutral. Du bestimmst, was du damit machst. Du bestimmst, wie du dieses Geld einsetzt. Und du bestimmst, ob es eine unterstützende Kraft wird in deinem Leben. Ob es eine unterstützende Kraft wird für deine Familie. Oder ob es etwas Destruktives wird für diese Welt. Mach etwas Gutes daraus. Dein Bodo Schäfer Dein Bodo Schäfer